Wir setzen ein in der Nummer 54, im Takt 44, vier Takte vor dem Einsatz der Tenöre, Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir springen in die Nummer 58, Takt 13 Der Evangelist singt und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Mürren. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir springen in die Nummer 64, Takt 8, vier Takte vor dem Einsatz des Chorals, nun seid ihr wohl gerochen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020